im hohen und mit 590 mein Kanal heute Berlin und wieder mit dem Sprengast heute Polizei Teil 1 von 1 nur ein Teil gibt es hier Adi Tradition wird wieder gemacht dann machen wir da mal ein Miet so ein Tanz war hier aber wir müssen auch fahren geht auch auch denn empfehle ich noch nicht die Blinker funktionieren so gut wie gar nicht ein bisschen die Einstieg weil wir uns hatten vor es war für das Fotoshooting also hier im Anfang ja dann nehmen wir mal ein anderes Auto weil so gut ist der nicht, der BMW den nehmert, der hat gute Blinker ja hallo, gutemorgi so haben wir auch ein neues Auto, dann guck mal perfekt passt so youtube live trinken und spielen die Lichter funktionieren nicht so gut den hätte ich auch gern, aber ich hab keine Ahnung welchen Game hast du braucht sehr klar hoch die heilige Makrele kann man damit mal aufhören die Leute mitnehmen du kannst ja da nicht stehen bleiben Mann alter ja will der mich verarschen? ah ist auch richtig ja und was wird das? genau ja kann ja mal passieren da machen ach du kein Plan wend nochmal so 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 ich glaube ich glaube da kann oder so Tun wir den mal mehr an die Seite, dann ist er nur weiter. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Natürlich habe ich es gesehen, aber ich habe nicht dran gedacht. Huch! Vanereien. Hinde. Nicht. So. Ach ja. Die mal da auf. Das Billy-Board will ich da nicht haben. Wie? Ah doch. Diese geht da auch schon rein. Das war bestimmt ich irgendwie. Mhm. Guck, Freunde, deswegen. Guck, Freunde, deswegen. Ich fahr da jetzt hinterher. Gucken mal, was da hinten los ist. Ja, jetzt habe ich ihn. Let's go, let's go, let's go. Oh, fuck. Alter, jetzt habe ich einen auf dem Dach. Alter. Alter, jetzt habe ich einen Dach. m den Leiche transportiert ein Lund 13 Tüchert und Kind das ist so noch haben gestorben ich dachte fahr mal nach hinten dann passt das so ach man wenn er so leben will er ist selber drauf also so 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 leer fuck hmm so 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 Ich bin jetzt gar nicht da. Ich bin jetzt da noch in der Tat. Guck mal, Kumi. Hier rein. Lecker! Ja, wir müssen doch ganz krank. Sieht nur so verhalten wie das Spiel. Ist? Ja, süß. Wow. So. Dann kommen wir hier rein. Einfach aus. Döner Einsatz. So. Okay, nein. Damit ihr nicht VOP reinräumen könnt. Tut ihr zwar trotzdem? Was ich euch zugeben kann, in dieser Frage ziemlich viel VOP. Ich kann auch auf uns zugeben. Ach, Jungs. Ist eh niemand. Bei uns machen sie da wirklich welche. Was? Ja, und alle. Tut wirklich in Wahrheit nichts mit krass rum. In Wahrheit. Aber in so einem Spiel könnt ihr das schon mal machen. Aber in Wahrheit macht nichts mit krass. Aber in Wahrheit macht nichts mit krass, bitte. Oh je. Ah, Döner bitte. Ach du Scheiße. Ach du... Und die sind schon équipend. Ich- Aus- und 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 ich- Und wenn so genau das passiert, genau das beim Auten, dann noch nie. Holy, holy, holy. Holy. Macaroni. Dattaraoni. Er fliegt, er ist ein LULL. Er lässt sein Auto einfach an. Es gibt dir Licht, Licht, Licht. Aber wenn du hörst du... Nein. Ich wollte noch den da gar nicht reinwagen. Warte, wir drücken unser Auto mal ein bisschen zur Straße. So geht das ja nicht. Schön gleichmäßig. Passt. Perfekt. Dann steig ich schon mal ein. Lecker. Lecker, 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 lecker. Betracht. Let's go! Oh! So. Holy shit! Das war eng. Feldbrand war schon. Eine, zwei, zwei. Hier. Holy shit! Holy. Ja. Den muss er mir halten. Ja, aber ich weiß nicht welcher. Das ist das Problem. Ich weiß nicht, was davor passiert ist. Wer angefangen hat. Aber tatsächlich, glaube ich, das ist toll. Weil der SEK tut ja gerade nicht weiter schießen. Alter. Alter Falter. Ich kann mich auch noch in Luft auflösen auf der Autobahn. Ich kann noch irgendeine Luft aufladen. So. Ich kann noch irgendeine Luft aufladen. So. Hm. Noch mal klack wie der Ende. Lässt sich besser hochladen. So ein wie der heute. Ich warte auf den. Also KMH sind hier 50, wissen viele nicht. Tatsächlich ist hier gar kein Schild, Berlin. Mach mal. Aber mein Profi ist 80. Oder 50. 10er wenn jemanden... Verzeihung. Ihr dürft eh VRP in diesem Video reinschreiben. Ich gebe euch zu. Riesiges VRP machen wir in diesem Video. Ich muss es wirklich zugeben. Weil... In diesem Sorge gibt es auch noch. Hm. Ja, ich würde sagen, das war's mir nicht so. Ende. showen wir... chill mit... also chill mit. COOL!